Vor fünf Jahren habe ich einen Mann getötet. Es war ein Autounfall. Was willst du hier? Du bist ein verfickter, drogendalender Mörder. Also verlass mein Haus. Die Polizei geht im Moment davon aus, dass es sich bei der Tat um ein geplantes Verbrechen handelt. Insgesamt sind mehr als 700.000 Euro gestohlen worden. Marcos Rodriguez? Ja. Steigen Sie aus. Ich habe Ihnen alle Dokumente gegeben. Das werden wir ja sehen. Ich möchte dir helfen, Tony. Und wie? Bleib nicht bei mir. Abwärts! Wenn wir hier richtig sind, musst du bereit sein, dass wir schnell verschwinden können.